Kontextmenü anpassen Dieses Video zeigt, wie in Reiter ein Kontextmenü angepasst und ein Untermenü erstellt wird. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter. Wir öffnen Reiter Wir wählen, Extras anpassen In der Dialogbox, Anpassen, wählen wir den Tab, Kontextmenü Bei Menü wählen wir, Tabelle Den Button hinzufügen anklicken Nun links bei Bereich, Tabelle auswählen Und rechts bei Befehl, Mitig auswählen Den Button hinzufügen anklicken Und auf Schließen, klicken Mit dem Button, Pfeil runter oder, Pfeil hoch Kann das Mittig-Symbol an die gewünschte Position verschoben werden Wir klicken auf OK Tabelle, Tabelle einfügen, wählen und Button einfügen klicken Rechte Maustaste in der Tabelle klicken Nun kann für die Tabellenzellen mittig ausgewählt werden Unter Menü erstellen, wir öffnen Reiter Wir wählen, Extras anpassen In der Dialogbox, Anpassen, wählen wir den Tab, Kontextmenü Bei Menü wählen wir, Tabelle Bei Einträge, scrollen wir nach unten Wir klicken auf das Mittig-Symbol Wir klicken den Button ändern, Trainer hinzufügen Wir klicken den Button ändern, unter Menü einfügen Wir geben einen Namen ein, zum Beispiel, Zellen formatieren und OK Das Untermenü ist nun erstellt Bei Menü wählen wir, Tabelle, Zellen formatieren Den Button hinzufügen anklicken Nun links bei Bereich, Tabelle auswählen Und rechts bei Befehl, mit IK anklicken Und den Button hinzufügen anklicken Den Button hinzufügen erneut anklicken Nach unten scrollen Unten Symbol anklicken Und den Button hinzufügen Und schließen, klicken Wir klicken bei Einträge auf das Mittig-Symbol Den Button, Pfeil runter einmal klicken Die Symbole stehen nun in der richtigen Reihenfolge Wir klicken auf OK Tabelle, Tabelle einfügen, wählen und Button einfügen klicken Rechte Maustaste in die Tabelle klicken Im Kontextmenü, Zellen formatieren, auswählen Nun können wir Tabellenzellen beliebig Über das Kontextmenü, Vertikal oben, Mitte und unten Formatieren Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020